Moin, Tag und Hallo. Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe unserer Overtroll Filmreihe. Also kleinen Spots. Filme. Was quatscht du denn da? Kommen wir zur Sache. Na toll, da ist sie wieder. Die Stimme aus dem Hintergrund. Intensivreiniger für Fußböen gibt es sicherlich einige. Was mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Also ich meine jetzt die Intensivreiniger für Fußböen der anderen. Denn Overtroll hat selbstverständlich auch seinen Intensivreiniger für Fußböen. Dieses zierliche Fläschchen. Nee, sag das mal anders. Na toll. In dieser Buddel wartet ein Liter Spacenet auf seinen Einsatz. Wachs soll das? Fragt man, wenn sich unzählige Verschmutzungen im Laufe der Zeit im Fußboden eingelagert haben. Wie zum Beispiel Wachs. Öle. Wow. Hallo, das Öl ist nicht gemeint. Und Fette. Äh. Wer hatte heute Pommes? Ich. Ich. Hier. Äh. Ist das SpaceNet? Bei häuslicher Nutzung sollten Sie Ihren Fußboden so alle zwei bis drei Jahre reinigen. Bei sehr starker Beanspruchung sollten Sie es allerdings einmal im Jahr machen. Was? Was labere ich denn da? Sie sollten es einmal im Jahr machen? Nein! Millionen Menschen da draußen glauben jetzt. Quatsch! Ich meinte, einmal im Jahr sollten Sie Ihren Fußboden reinigen bei sehr starker Beanspruchung. Und mit Beanspruchung meinte ich zum Beispiel sowas. Sowas. Natürlich auch. Sowas. Und nicht zu vergessen. Sowas. Warum übertreibst du immer so? Wieso ich denn? Zum Reinigen benötigen Sie nur zwei Werkzeuge. Einen Lappen und einen Schrubber. Sollten Sie keinen zur Hand haben, fragen Sie einfach Ihre Schwiegermutter. Nur 30 Minuten benötigt SpaceNet, um trocken zu sein. Bei einem kurzen Blick aus dem Fenster stelle ich fest, draußen ist es nun auch trocken. Und das nutze ich, um jetzt nach Hause zu gehen. Also, tschüss. Der Boden ist noch feucht. Ach, was? Welcher Idiot hat hier... Na, du wolltest vor der Sendung SpaceNet ausprobieren. Bis neulich. Oh Mann, wo geht's denn hier raus? Noch geht's. Untertitelung des ZDF, 2020